Und damit ein herzliches Willkommen an alle meine Playagallon-Hipser da draußen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von Playagallon. Vielleicht haben es einige von euch schon gemerkt, aber ich bin heute etwas angeschlagen von der Stimme her. Ich habe auch total krasse Halsschmerzen und so, aber... Eigentlich hatte ich ja schon ein Video vorproduziert für den heutigen Tag, aber super herzlich dazu ja entschieden, ein Update rauszubringen. So ganz spontan, ich weiß es nicht. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Update nächste Woche kommen wird, aber es ist gestern erschienen am Donnerstag, Kjone. Und ich will euch einfach mal das Update vorstellen, so die Neuerungen, was da so alles dazu gekommen ist. So, moin Thomas. Moin. Eigentlich will ich ja in der Folge nicht Moin, genau. So, neues. Neue Abwehr gegen Luftangriffe der Luftfeger. Dränge Gruppen von fliegenden Feinden mit starken Windstößen zurück. Den habe ich schon gestern gebaut, wie man hier sieht. In 3 Stunden und 49 Minuten ist er schon fertig. Wir können uns mal gleich beim Besten der Welt anschauen, wie das Ding auf Level 6 aussieht, denn das Ding hat er sich direkt gejammt. Ja, 500.000 hat er ja wahrscheinlich noch, aber ich mache Pekka. Thanks. So. Luftfeger verursachen keinen Schaden, können aber den Vorstoß feindlicher Lufteinheiten wirksam bremsen. Ja, also ich habe ein Video davon auf YouTube gesehen, ähm, bei Don John zufällig. Ähm, diese Luftfeger fegen also nur Lufteinheiten weg. Ich weiß nicht, ob das Einzelziel ist oder mehr Schaden, also beziehungsweise, dass er mehrere Dinger machen kann. So, Luftfeger beherrschen den Himmel mit starken Windstößen. Die fliegenden Feinde zurückdrängen. Sie können nur in eine, nur in eine Richtung zeigen. Drehe deine Luftfeger so, dass sie am effektivsten eingesetzt werden können. Okay. Ich habe nur keine Ahnung, wo genau ich den Luftfeger nachher in meine Base reinstellen soll, aber ich werde mir schon was einfallen lassen. So. Luftfeger können nur in eine Richtung zeigen, so können jedoch in die gewünschte Richtung gedreht werden. Luftfeger werden ab Gratus Level 6 freigeschaltet und gewinnen an Schubkraft, wenn sie verbessert werden. Yo, meine Meinung zum Luftfeger ist, dass es eigentlich eine nette Idee ist. Das einzige Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo ich es in meine Base reinstellen soll, aber... Ja, das ist ja nicht Supercells Problem, sondern mein Problem. Und ja, ich glaube, dieses Verteidigungsgebäude wurde auch von Clash of Clans Spielern eigen gemacht. Und da hat sich mal Supercell jetzt endlich darum gekümmert, mal Wünsche von den Spielern hier anzunehmen. Denn ich habe das schon auf vielen Foren gelesen, dass sich das viele wünschen, sowas ähnliches zumindest, dass sie sich mehr Verteidigungsgebäude gegen Lufteinheiten wünschen. Und jetzt ist ein neues gekommen. Läuft doch, würde ich sagen. Klaren Lesezeichen. Füge Clans auf ihrer Profilseite mit dem Plus-Symbol als Lesezeichen hinzu, damit du sie dir später ansehen kannst. Du kannst bis zu 30 Clans als Lesezeichen speichern und sie dir unter einem neuen Reiter neben deinem Profil ansehen, ja? Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ah, okay. So, gehen wir Videos von dir gucken. Dankeschön. Äh, Doppelpunkt D. Eigentlich will ich ja nicht in den Folgen schreiben, aber wenn er schon so nett das geschrieben hat, weiß er nicht. So, etwas Neues kommt angeflogen. Armee-Vorschau beim Clankrieg. Greife nie wieder unvorbereitet an. Du kannst dir jetzt vor jedem Kriegsangriff eine Vorschau deiner Armee ansehen. Inspiriere deine Truppen. Clan-Truppen, Zauber und Tellen, alles was fehlt, wird rot angezeigt. Vorbereitung führt zum Sieg. Du kannst Kriegsangriffe nur noch frühzeitig beenden, indem du aufgibst. Verbesserung der Benutzeroberfläche. Apparatus Level 5 ist ein einmaliger Namenswechsel in den Spiele-Einstellungen verfügbar. Nutze ihn mit Bedacht. Jo, dazu werden wir gleich nochmal kommen. Im Clan-Stadt siehst du jetzt, wann und von wem Clan-Einstellungen geändert wurden. Die Reichweite und Verteidigungsbauten ist jetzt während des Baus sichtbar. Das ist eigentlich relativ nice, finde ich. Auch wenn es einem nicht viel nützt, aber man kann dann ungefähr sehen, also man kann die Base noch umbauen, wenn man das Dorf umstellt. So, der Modus von Verteidigungsbauten kann jetzt selbst während des Baus geändert werden. Okay. Gameplay-Verbesserung. Angreifende Truppen jagen Verteidiger jetzt nicht mehr so weit. Ein seltener Fehler wurde behoben, bei dem eine Verteidigung eine Truppe am Rande ihre Reichweite anvisiert, aber nicht gefeuert hat. Okay, das ist mir so noch nie passiert, aber was soll's. Okay, ich schreibe jetzt einfach Danke und ich mache ein Video. Kann momentan nicht zurückschreiben. Ja, ist mir egal, ob sie jetzt schrieben stehen oder nicht, aber wir wollen ja mal weitermachen. Im Übrigen, was mir aufgefallen ist, die Magertürme und so zeigen jetzt hier zumindest in eine Richtung. Und die Bogenschützentürme, ja die zeigen jetzt alle nach rechts statt, jetzt wie damals da vorne. Im Übrigen, gestern direkt nach dem Update, so circa um 13, 14 Uhr, konnte man von Level 7 bis 8 zumindest, ich weiß nicht, ob es bei der niedrigeren Raterstufen auch so war, die Mauer noch mit Elixier upgraden, aber dann kamen circa um halb 5, als ich beim Tennis war, ich kam dann ungefähr um halb 6 vom Tennis zurück, hab ich gesehen, da waren noch Wartungsarbeiten, hab ich mir gedacht, ja vielleicht haben die irgendeinen Bug geändert, der während des Updates angelaufen ist. Aber war nicht so, anscheinend haben die das wieder rausgenommen, ich weiß nicht ganz genau, was die da sich gedacht hatten, aber naja, ich arbeite ja nicht bei Supercell und kann es daher nicht beurteilen. So, im Übrigen können wir uns jetzt mal bei uns im Clan ansehen. Die Level 4 und 5 Mauern, das Design von denen hat sich geändert und wir müssen mal bei niedrigeren Leveln gucken, hier unten. Da, Level 34, vielleicht hat er noch Level 4 oder 5 Mauern, ja, hier, das Design hat sich von denen geändert. Wie genau sich das jetzt geändert hat, kann ich nicht ungefähr sagen, aber die sahen früher anders aus. So, es tut mir leid, wenn ich manchmal hochziehen muss, aber okay, okay, also, ich schaue Thomas seit einem Monat oder so, bin ich jetzt nicht sicher, Fail. Yo, ähm, Namen ändern, das werden wir jetzt in der heutigen Folge tun. Ich habe mir überlegt, wieso nennen wir uns nicht Player Get On? Das, das würde jetzt schwer sein, ich habe jetzt seit über einem Jahr, ein Jahr und ein, zwei Monate, David Bauer 360, aber der Name hat mir nie richtig gefallen. Und deswegen ist schon geil, dass wir den Namen jetzt ändern können, Namen ändern. Hinweis, du kannst deinen Namen nur einmal ändern. Ja, ich weiß, ich weiß. Was sollen wir jetzt wirklich tun? Für die Community, für die Community. Player Get On. Ich darf aber keinen Schreibfehler drin haben. Player Get On. Namen Endo, achso, ja, okay. Player Get On. Okay. Hä, what the fuck? Weiter. Ja, warte mal. Namen ändern. Player Get On. Player Get On. Okay. Jetzt drücken wir auf Okay und unser Name ist geändert. Okay, okay. Möchtest du deinen Namen wirklich ändern? Dein neuer Name, Player Get On. Bestätigen. Yo, da müssen wir noch auf Bestätigen drücken. Nein, das wollen wir nicht. Ja, das wollen wir machen. Okay. So, wir heißen jetzt Player Get On offiziell. Alter, das ist jetzt ein anderes Gefühl. Naja, so ein krasser Unterschied ist das jetzt auch nicht, aber wir schreiben einfach mal Hi rein. Mit Player Get On. Mal gucken, ob die sich wundern, die ja werden. Yo, ich würde dann sagen, das war's dann mit dem heutigen Video. War etwas kurz, aber das liegt auch daran, dass ich etwas angeschlagen bin. Sonntag wird eine neue Angriffsstrategie kommen. Also, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und im Übrigen, heute Abend wird gestreamt. Seid auch dabei um 19 Uhr. Wir werden mehrere Horrorspiele streamen. Also, auch für die, die schwachen Nerven haben. Ihr könnt auch mal vorbeischauen. Ihr seid herzlich willkommen. Yo, dann würde ich sagen, das war's dann mit dem heutigen Updates-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Und mit der Hipster Faust, mit der Player Get On Hipster Faust, werden wir uns jetzt verabschieden. Bahschhüüübsiüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.